Oha, riecht das würzig, unscharf! Halleluja, liebe Freunde, wie spricht man das aus? Wie würdest du es sagen? Äh, was? Mungushim? Nungushim? Nungushim? Nungshim. Nungshim. Glaube ich. Nungshim. Wir machen heute wieder was Neues an den. Ich hatte letztes Mal die Bohlen-Nudel gesehen. Genau die hatten wir. Ja, heute machen wir Nungshim, auch dieselbe Marke, aber Schein-Nudel. Mit so schönes China-Seil, also ich kenne gar nichts, außer nur eins. Kann man das sehen aus? Ja. Ja? Es ist Spacey. Ne? Ja. Wir wollen uns das heute mal machen und das ist auch Big Bowl, steht drauf, wie bei den anderen auch, steht Bowl-Nudels, wie gesagt, aber hier ist Big Nudels. Ich habe sie schon mal aufgemacht, weil wir nur wieder die Hälfte aufmachen. Das sieht ein bisschen anders aus diesmal. Die Typen waren kleiner, die sind so groß. Kann man das so sehen, was das so ist? Ja, kann man wunderbar sehen. Riecht mal, Leute. Riecht gut. Oh, sehr nach Pfeffer. Oh ja. Sehr nach Pfeffer. Sehr nice. Oh. Also anderes Rüter, oder? Ja. Wir wollen zu lange probieren, wir machen diesmal nur eine, weil wir wissen das nicht, wie das ist, weil das so rot ist, könnte es auch sehr scharf sein. Aber egal, wir hatten neue Stäbchen, ähm, weil ich das ja damit nicht so gut konnte, weil ich das wieder schon mal mitgenommen hab, hab ich die schon wieder einfach eingemacht. Kann man ja, hat dann die anderen Stäbchen. Ich hätte gern, aber ich, aber ich hätte auch gern die Stäbchen, ja? Ehrlich gedacht. So, aber die gibt es ja nicht im Sollen, nur im Kinderformat und das möchte ich nicht so. Haben wir denn die Stäbchen? Und ihr ist es egal, was ihr, ob sie verschiedene hat, ich würde immer eher, immer eher ein an die Stäbchen, ich verstehe das nicht, wie das kann. Es ist auch ein an die Stäbchen, mir ist es egal, es steht kein Stäbchen. Ja, aber auf sich. Guck mal. Aber ich könnte das nicht zu, ich könnte das nicht, ich könnte das nicht gegriffen. Mach mal, mach mal. Ich könnte das nicht gegriffen. Ah, die haben wir gekrampft, ey. So. Jetzt, tun wir da gleich schön ins Wasser ran. Ich bin gespannt, wie das Essen ist. Ah, ist das heiß. Ah, ist das heiß. Ah. Es kocht auch. Es kocht. Es kocht. Der Dampf. Der Dampf. Der Dampf. Der Dampf. Der Dampf. Oh, riecht das würzig, ey. Und scharf. Ist da auch der Strich? Ja, ganz leicht ist der Strich. So, bis hierhin voll machen. Also, es ist in der Ecke mehr drin, hier sind auch mehr drin als bei den anderen. Muss ich wirklich sagen. Alter, es riecht aber auch zum Tränen schießen, ey. Also, das wird sehr scharf sein, das Essen. Auf der Kamera sieht ziemlich orange aus mehr. Orange? Ja, das ist aber auch wirklich, das sieht schon sehr gleich aus. Aber riecht wirklich schlimm nach Pfeffer. Ja. Boah, ich weiß nicht, ob ich es mag. Hm? Ich weiß nicht, ob ich es mag. Ja. Könnt ihr es auch riechen, Leute? Riecht sehr scharf, ne? So, liebe Freunde. So sieht er jetzt fertig aus. Er sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Ich sage, bitte lach nicht, weil ich das so mache. Oh, jetzt haben wir das Schmack schon. Sieht natürlich auch sehr lecker. Ich? Jetzt auch erstmal meine. jmh Hm? Diabetzig? booah ś Ne! Was sieht mich im Fernsehen? Hallo! Ich bin im Fernsehen! Der Chef? Der geht nicht weg! Für mich war es sehr scharf. Jetzt sehen wir noch mal Samantha an. Alter Schwede! Für mich ist das hardcore. Kann ich das noch mal angeben? Ja. Ich weiß nicht, dass du das gut kennst. Gehen wir zu Papa. Das geht doch mal. Was hast du eigentlich? Echt? Das ist scharf! Fast gar nicht! Fast gar nicht! Fast gar nicht! Okay! Ganz bisschen Schärfe merke ich, das war's! Okay! Gut, liebe Freunde! Das ist unser neues Bowl! Ich find's sehr scharf! Und Samantha find's irgendwie gar nicht scharf! Ich verstehe nicht, wie das eingehen kann! Aber so ist das nun mal! Und bis dann! Immer noch dran denken, liebe Freunde! Bis dann! Bis dann! Ich bin jetzt ein paar Fokus! Tschüss.